Und bis jetzt, dank an Delta Prime, meine Zahnarztangst ist überwunden, habe ich keine Zahnarztangst mehr, habe ich einen schönen Smile wieder zurück, ich bin zufrieden. Also einmal Delta Prime, immer Delta Prime, das sage ich immer, Leute lachen, wenn das hören, aber es ist wirklich wahr, ich werde einfach nie mehr, nie mehr Zahnarzt, ganz in der Welt, wirklich, nur hier Delta Prime kommen, sehr zufrieden.